da hat so da hat auch und selbst ja wie so schlammgrube passt doch erster für so für das schwein du kennst ja so kleine teacup-schweinchen oder ja das ist ein teacup-schweinchen ich ja ich kenne das aus aber mit dem Wasser ja kenn die auch, ey, kleines teacup-schweinchen äh dann haben wir jetzt ein hausschwein alter was geht mit dem Ding ab, ja geh hier runter ja genau, back dich da in die Decke naja ja wenn's backen kann, lass es doch kochen, mein Gott was denn jetzt, kochen oder backen? ist mir egal such dir eins aus okay, das Schwein ist seltsam es kriegt den Namen Mystery Mystery, das Hausschwein, wieso passt der eigentlich sogar? könnte man echt nennen ja, okay, es heißt jetzt Mystery, ab jetzt nee, warte, ab jetzt, so nee, 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 warte, ab, ab jetzt oh, okay ich kann mir gleich dumm verbrauchen willkommen in, wie soll ich das ja nennen, mit den Mystery, Mystery, Teacup-Schweinchen ähm, Mystery ähm 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 n-o-p-q-r-s-c-u-v-w genau ne, vw ist nicht gut ne, naja, der Golf geht ja noch na, Golf ist nicht so mein Ding, ich tue lieber Handball oder so was wo war jetzt nochmal die Klatschecke unten, ne? hehehe ja oh Gott ja, tut mir leid, aber ich grabe mich da unten ihr braucht unbedingt so n Ausguck so kleines Ausguck-Türmchen ja, das können wir ja, äh ne, hier dingens ich probate so Gen-Creeper in der Nacht ich tue mich, oh also hast du dann so, 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 so kleines, so kleines Stalker-Stiefchen hast du dann da hehehe hat er, äh, hat, äh, äh Cyberspace nicht sowas gebaut ja auf der, äh, Let's Show-Welt ja da, wo wir momentan alle im Survival bauen und wir müssen auch mal Let's Show aufnehmen ja plus Lanti, plus, äh äh, Salvaspace, plus Batze, plus Laura LH Frau Laura Frau Laura die ihr haltet noch nicht kennt, ha 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 doch, äh, wer sich auf Facebook mit beteiligt, weiß, dass sie gerne Fan-Arts für uns malt ja, stimmt äh, hier, ne, Kiste, dingenskirchen, da da viele Steine ich hab noch mehr reingetan bist du jetzt stolz auf dich? ja gut du nicht? nö ich bin stolz auf mich du Arsch ha ha so so aber das bringt's echte das hab ich in Let's Show auch gemacht wo wir diese kleine Survival-Ecke hatten hab ich mir einfach mal runtergraben bis zum Endstein beziehungsweise bis zum Grundstein, oder was das auch mal heißt am besten bleib auf Ebene 12, da findest du am meisten oh, nö ich grabe mich da ganz so doch, also ich würde auf Ebene 12 oder so einen Gang machen ja, kannst ja von mir, was machen die dann aber ich werd jetzt mich nach ganz unten graben weil ich da bisher in der Let's Show Welt an zwei Tagen 31 Diamanten gefunden habe ja du musst bedenken, wir haben nicht so viel Zeit um das im Let's Play alles zu machen also ich meine so die ganze Zeit durch Wände graben und so und das werden dann mehrere Aufnahmen yeah wir graben uns durch die Wand Teil 1 von 85 muss echt was machen so die ganze Aufnahmestation einfach nur graben da gehen die Leute doch vor dem Rechner kaputt, ey oder vom Smartphone oder genau, es ist eine Spinne vor der Tür sie heißt Türinne Türinne ist tot geht jetzt gleich diese Attacke war sehr effektiv was diese Attacke war sehr effektiv was ist denn hier unten nach Erde so, wie weit bin ich ach du scheiße, ist ja echt schon wie weit ich mich hier schon gehört haben habe wenn du jetzt da oben bist, sieht man mich warte ja du hörst auch cool sieht übrigens sehr krass aus, wenn ich den Zoom da reinschalte ja ich hab Eisen gefunden, siehst du das jetzt auch? Eisen? ja ey das sieht richtig krass aus, wenn ich den Zoom da reinschalte meinen Freund hehehe hehehe oh, Alter sieht das krass aus das sieht richtig heftig aus kannst du aber Screenshot machen und auf den Ding stellen ja, genau, das wird unser Aufnahmenbild für heute warte, dann gucke ich jetzt nur noch in die Kamera okay, warte, ich mach nochmal Neues so haha hier kannst du jetzt das genaue Datum und die Uhrzeit oh, haha oh, haha mein Gott, Eisen was machst du gerade? ist hell draußen, ne? ja ich weiß was willst du jetzt machen? du kannst ja mal nach Hause laufen ich weiß nicht genau, wo das ist hast du keinen Rayport gesetzt? ich setz hier meinen Rayport, äh, warte ja, du weißt aber da nicht, wo du hinfliehst ich doch auch, ich weiß nicht, wo hin ungefähr, wo hin, okay das heißt, du lässt mich jetzt hier alleine das passt nicht, oder? passt das? wie soll ich das hier nennen? das hat bei mir gepasst nein, das Fragezeichen passt nicht mehr bei mir schon wie soll ich das hier nennen? ich hab hier wie sollen wir das hier nennen? hab ich geschrieben das passt dann nicht dann mach einfach wie soll ich das hier nennen? deswegen bei soll 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 so wird in Mass Effect unser, äh, Solarsystem also, also unser Sternensystem genannt soll soll, also soll wie Solar oder also die Abkürzung für Solar ok ja, ich kenne mich nicht mich nicht so mit Mass Effect auf ich muss das Mass Effect Let's Play auch mal wieder weitermachen bei welcher Folge bist du? 8 glaube ich 8, 8, oder? nicht von weiter? ich meine jetzt ist 8 das ist hier auch schon ein bisschen länger ich hab keine Ahnung ich verfolge es nicht, Redstone du Arsch, nein, äh also ich hab mal reingeschaut aber da Mass Effect nicht so mein Spiel ist obwohl ich wollte es mir eigentlich holen aber obwohl ich finde es eigentlich auch geil ich hab es immer bei dir gespielt aber, hm, naja mal gucken und mein Inventar ist wieder voll und das heißt ich muss ja wieder hochkrabbeln ey, dass es diese 3 Milliarden Jahre dauert jetzt kannst du mir dazu gucken wie ich hier oder bist du schon auf dem Weg? die bin schon auf dem Weg ok dann trinke ich jetzt mal kurz was hohohoho während ich hochgehe ich krieg jetzt grad die Flasche nicht mit einer Hand auf hau in einen Shane sehr schön, Lukas ich trinke auch mal was nochmal mhm nur bei dir hört das nicht so krass an wie bei mir ich krieg's ja mit einer Hand auf Trinken während der Aufnahme ist doch toll Oh ja Und ich hab mein T-Shirt versaut Aber egal Du kannst aber toll trinken Du hast doch was gelernt Eine Trinkepademie? Ja genau Genau da Achso wir haben ja ein Schwein Ich hab schon gedacht was glotzt mich denn hier so doof an Aufnahme abgebrochen? Nö Das funktioniert ja ganz gut Jetzt hatte ich die Aufnahme abgebrochen Weil ich die Karte wegmachen wollte weil ich war zu blöd dafür Aber die Aufnahme läuft wieder Habs direkt wieder angemacht Gut Funterpaar Ah wir brauchen Holz man Nicht Holzfrau sondern Holz man Wenn er grad da auf dem Weg ist dann kannst du mal ein bisschen Holz so mit Schlawinen an Okay So Holzschlawinen an Ich mach mir kurz das Licht an Jetzt hört ihr den Lichtschalter Wow Wow Sogar zwei Ich hab grad fast in den Tod gestürzt Äh nicht gut Doch warum nicht Ach keine Ahnung ich weiß nicht Kommt so scheiße irgendwie Achso Verstehe Ja hast recht Stimmt schon Ich verstehe Like two and a half man Jojo Hab ich früher mal gerne geguckt Ich guck's immer noch gerne Genau wie How I Met Your Mother Ich find das auch geil Aber ich finde Two and a half man Besser als How I Met Your Mother Ich auch Muss ich schon sagen Guck mir eigentlich jeden Tag auf Kabel 1 an Ja Werbung gemacht Scheiße Scheiße Boah Alter Ich find hier grad voll viel Redstone Und ich bin beim Endstein angekommen Ich glaub du kannst jetzt gleich nochmal ein Foto machen Weil ich glaub das Ich bin noch gar nicht in der Nähe Ne aber später Du kannst ja noch ein Foto machen Weil ich glaub das sieht jetzt noch epischer aus Weil das noch länger ist Ich verstehe Halt die Fresse Ach muss jetzt Kies kommen Kiesinger Was Oh Gott nein War mal Bundeskanzler ne Kiesinger Oder Hallo Ich weiß gar nicht genau Doch Kiesinger Ich glaub schon Kiesinger war schon mal Bundeskanzler Ich kenn mich zwar damit nicht aus Aber Ich weiß auf jeden Fall Dass jetzt momentan Äh Angelo Merkel In der Äh Bundespräsident ist Angelo Merkel Wenn ein Bundeskanzler Ach stimmt mancher Bundeskanzler Warum Bundespräsident Bist du schlecht Präsident ist ja momentan der Ja wer heißt ja Genau Genau Gauk Das fühlt sich an wenn man trinkt Gauk 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 Oh Gott der war so schlecht Ich weiß Sollte auch eigentlich werden Also schlecht Mir wird gleich schlecht Oh Kohle Nicht nur dir Oh Kohle Zwei Kohleblöcke Wow Wieso haben wir nicht Übertreiben bei Minecraft Was Die übertreiben bei Minecraft Das hab ich ja noch nie gehört Du übertreibst hier grad mal wieder voll Eisen Ey hier findet man so viel Ey das ist so geil Und weiter schwimmen Schwimmen Jetzt ess ich mal was Eine Himbeere Das war wieder Schleichwärmung Oder ein Insider Je nachdem Ein Insider Ja Also ein Insider den circa Eine halbe Million andere Leute auch kennen Ja Okay jetzt geht's nicht weiter Ich mag übrigens auch Himbeeren Ich auch Wir haben sogar einen eigenen Himbeerstrauch Himbeeren und Erdbeeren Mag ich am liebsten Und Zitronen Ich kann Zitronen so pur essen Hab ich null Problem mit Okay das ist nicht so mein Ding Aber Erdbeeren und Himbeeren sind lecker Aber das sind Naja Oh Lava Genau Eine Stunde Eine Stunde 15 Nehmen wir bereits auf Okay Und wir haben 22 Uhr 15 Ey guck doch Wir haben ja genau um 21 Uhr angefangen Ja Da musstest du nicht um Halb elf ne Ja Mal gucken Vielleicht Mal einfach mal gucken Also er hat zu mir gesagt So halb elf Elf Uhr Also Mal gucken Wie es wird Okay Also der wollte mir auf jeden Fall noch Auf Bei Skype eine Nachricht schreiben Okay Hi Und ich sehe es ja wenn es Blöds macht Das heißt ich höre es auch Du hörst es Was ja eine Weltneuheit ist Wow wie machst du das nur Luke Mit den unglaublichen Skype Translator Was soll ich holen Wolle ne Wolle und Holz Holz habe ich Drei 36 Blöcke oder Blöcke Also Holz Stämme Stämme Ja Holz Stämme Stämme ist gut Die Alika Dann kannst du noch ein bisschen Werkzeug mitnehmen Falls wir noch was da haben Werkzeug Weizen Weizen Ah hier ist Ich bring Samen mit Die waren bei uns da drüben an Ja Und Melonen Ich hab noch genug Melonen Und daraus Melonen Samen zu machen So ich bring 37 Eisen bringe ich mit Kohle haben wir auf jeden Fall genug jetzt Und Eisen haben wir jetzt glaube ich auch genug Aber Naja kannst du jetzt noch welche mitbringen Wenn du ja gerade da bist Warte Überleg 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 Das war übrigens mein Also nicht mein Mausbett Sondern ich hab kein eigenes Aber es ist gerade das meine Mutter Ich hole mir nämlich Morgen wahrscheinlich direkt eins mit Okay Morgen wolltest du ja ein bisschen dein Zeug aufbessern Und Bzw. auch ein neues Headset kaufen Ja Genau das gleiche wie ich Wenn das nicht zu teuer ist Also wenn es mehr als 100 Euro kostet Dann mach ich es doch nicht Ja Also meins hat 93 Euro kostet Bei Saturn Ja Saturn will ich auch hin Wenn das auch noch 390 Euro kostet Dann hole ich mein Saturn auch Und wenn es über 100 Euro kostet Dann hole ich mir ein anderes Okay Oder vielleicht auch Doch Ich brauche ein anderes Ich brauche dringend 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 ein anderes